Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Karbonsäureanhydride. Um das Video verstehen zu können, solltet ihr einige wichtige Begriffe bereits kennen. Was sind Karbonsäuren? Was sind Alkohole? Was sind Ester? Was sind Amine? Was sind Amide? Was sind Karbonsäurechloride? Außerdem solltet ihr aus dem Video Karbonsäurechloride bereits wissen, worum es sich bei einer Azyllierung handelt. Das Video ist folgendermaßen gegliedert. 1. Herstellung 2. Wichtige Vertreter 3. Reaktionen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten. Untertitelung des ZDF, 2020